Halli Hallöle zurück und so ich sag echt immer das gleiche zum Abschied und zum Hallo zum Anfang war nicht natürlich. Ja gut machen wir mal weiter. Im Namen von der punkt ist dass wir die insel beanspruchen warum greift ihr uns von hinten an ihr solltet uns gegen die wikinger beistehen kämpfe nur gegen die feinde meines herren das sind die wikinger also keine feinde eures fürsten interessant sehr schlau alter und jetzt muss ich eine insel erobern bewundere eure tapferkeit nach so einer vernichtenden niederlage sofort wieder ins gefächte ich werde nicht wieder besiegt werden das wollen wir mal sehen Kollege okay nein genau hier hinten bis hin das ist jetzt bonus viel ach so nicht mehr als ach krass jetzt ach du scheiße dass ich aber gerade mal kurz verwirrt jetzt muss ich hier in die andere richtung aha wie gemein hat er einfach meine hat er einfach meine dingste zerstört nein das will ich nicht so gut 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 Da habe ich es wieder vorher explodieren lassen. Ach der Kai, der hat seinen eigenen Typen getroffen. Oh nein daneben. Oh jetzt hat er schon was von mir zerstört, das Schwein. Knapp drüber, Headshot. Geil, Tor auf. Zack. So jetzt ein paar Bogenschützen mal hinten hin positionieren. Das kriegt der ab. So, das ist da rein. Jetzt stürzt immer mehr von mir ein. 8 Mio. Das ist nur ein Leben hinter dir. Auch da. Oh nein, falsch. Was fehlt das hier? Nein. Oh, hu. Das war knapp. Ah, wir haben die Fahne. Nein, haben wir nicht. So. Ah, jetzt haben wir da hinten so viel getrunken, dass... Warum macht der jetzt da vorne nichts? So. Auf geht's, Fahne, Schade. Für den König. Wieso? 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 Wieso, ich bin zu schnitt! Oh, hab ich den alter Schilder? Wieso? Das war ein guter Scherfer. Scherfer! Oh, die Pferde schaffen es einfach nicht, dass wir da hinten hin. Sobald hier jetzt was auftaucht, beballere ich den damit. Treffe ich, treffe ich, treffe ich. Nein! Oh Mann! Oh, die Pferde. Oh, das geht ey, das ist echt, das ist ja reingeworfen. Ah, tot! So, jetzt aber schnell, Pferde hin, Pferde hin, Pferde hin. Nein! Oh Mann! Toll, ich hab dich auf die Uhr ge... Ah, das ist die Klappe, schlichte eigentlich so gut. Jetzt mach's halt... Jetzt nimm doch die scheiß Fahnen und geh weg! Oh, ey, das ist ein Bauer! Ja, jetzt trifft er natürlich genau den auch noch, ey. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn jetzt los? So, wieder das Pferd getroffen. Ey, das kann doch nicht sein, dass... Ey, das kann doch nicht sein, dass... Ey, das kann doch nicht sein, dass... Ey, wo ist dein Stich? Oh, Graeme, wo ist deine Vigilheit? Los, kann der nicht die Fahne nehmen? Oh Mann, ey. Zack. Nein. Ach, wie kann man's verbocken. Das sehe ich jetzt auf. Oh Mann, ey, das nervt doch, das ist nicht... Oh Mann, ey, das nervt doch, das ist nicht... Los. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass das... Warum macht der denn da mit Einschlag und dann fast tot da, ey. So, jetzt muss ich denen hier Rückendeckung geben, los. Geh weiter, geh weiter. Mann! Es kann doch echt wahr sein. Es kann doch echt wahr sein. Dieses Dreck-Ding. Boah. Aber jetzt sind hier schon wieder... Das kann er echt nicht angehen. Ja, genau, weiter reiten, genau. Gute Sache. Oh, jetzt habe ich hier nur den einen davon getroffen. Oh, jetzt bin ich ins Mikro gekommen. Das kann ja eigentlich nicht wahr sein, hier. Jetzt dreh halt um. Ja, genau, mit Einschlag... Alter, das kann echt nicht wahr sein. Jetzt lang, jetzt geht doch halt weiter. Das kann doch nicht sein. Ich mache es gleich kaputt. Das ist doch so unglaublich. Alter, ey. Ja! So, jetzt geh halt zurück und hol dieses Scheiß-Ding. Ey, das ist doch wohl nicht wahr. Ja, und das... Der macht mit irgendwelchen Attacken einfach so alle fertig von mir. Und ich kriege es einfach... Alter, wie lange die Runde auch schon hier geht. Das ist doch scheiße. Ja, geil. Immer erst mal auf die eigenen Leute schießen. Oh, der hat... 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 Schuss... Und Heilung... Und geht dahin. So, und jetzt... Oh, Mann! Oh, Mann! Das war echt sau kacke Das ist ne kacke Runde So Jetzt muss doch hier dieser beschissene Greif doch jetzt endlich mal ordentlich was klar machen Oh echt Krieg das nicht hin doch Ja ich will nicht das Oh man Jetzt müsste es halt schneller funktionieren So weg mit denen da Oh man Und dann treffe ich davon keinen Das ist doch echt sehr scheiße Oh So spawn noch mehr Spawn noch mehr Ja schön Ich werde gewinnen Ich werde gewinnen Ich werde gewinnen Alter Alter Ich werde gewinnen Ich werde gewinnen Heil dich Heil dich Nein Ich werde Ich werde gewinnen Ich werde gewinnen Oh Haut rein Haut rein Macht's gut Bis dann Bis zur nächsten Folge Oder bis Oder bis bis hin Bis dann bis zu Bis dann bis zum nächsten Mal Und danke.